Hey Leute, es fällt mir ziemlich schwer nach all den Jahren Motion Design aufzuhören. Aber es geht leider nicht anders. Die Umstände verlangen es. Ich bedanke mich bei allen die mir geholfen haben und bei jedem der diesen Kanal abonniert hat. Ich möchte euch bitten den Kanal von Daniel zu abonnieren, der seit langem mein Schüler war und ich ihm alle meine Projekte geben werde, damit wenigstens einer meiner Kunst weiterführt. Vielen Dank, Dean.